ja liebe leute herzlich willkommen aus dem olympischen park in sonchi herzlich willkommen auch zurück zu let's play fine 2018 das 16. renn und diese saison steht da wie es war das 16. renn wochenende wir haben heute freitag und das heißt es ist wieder zeit für das freie training ja was ist in russland drin vor allem mit den neuen teilen wir haben einmal quasi kommenten rundumschlag also geht davon aus dass wir aus der letzten drei staaten werden daher sollte es eigentlich die heute und morgen relativ egal sein wo wir uns qualifizieren natürlich wollen wir uns für die statistik auf 1 qualifizieren aber ja gut genau wir gehen mal rein in das menü wochenende vorschau klar die reifen richtig qualifizieren und rennen trocken das ist immer gut also wir haben ein bisschen was zu entwickeln auch für die neuen saison schon die teile am anfang und dann gehen wir rein jetzt erste freie training in russland ja guck mal was drin ist wie gesagt habe natürlich wieder ein sieg weil sind singapur tatsächlich naja hier sind wir im faszinierenden sochi autodrom in russland wo uns ein spannendes renn wochenende erwartet das gleich mit dem training beginnt stefan römer ist wie immer hier und wird uns durch den heutigen tag begleiten in den sozialen netzwerken wird ja auch genau wie andernorts immer wieder über die frage diskutiert warum sind denn die neuen formel 1 auto so schnell obwohl die fahrzeuge ja eigentlich mehr wiegen als in der vergangenheit erklär uns das doch bitte mal naja da geht es in erster linie um grip der besteht aus zwei komponenten erstens haben wir den so genannten mechanischen grip also die verbindung zwischen der reifen oberfläche und dem streckenbelag greifen sind verglichen mit den vorhergehenden jahren heute wesentlich breiter und haben dadurch das potenzial für mehr mechanischen grip dann gibt es natürlich noch den abtrieb der das auto durch die luftströmung über ihm auf die strecke presst was für weiteren grip sorgt diese autos haben ungefähr 20 prozent mehr abtrieb was mehr als genug ist um das zusätzliche gewicht auszugleichen ja ich gucke aber überhaupt ja von mir auf das wetter was das für sie trainings betrifft und der ganz trocken training zwei ein bisschen das ok ich kann richtig gesehen dass wir zwei trinken zwar ein bisschen dringend aber jetzt noch 45 minuten naja ist es egal so gehen wir rein ja die ist super perfekt passt so set abladen na wir gucken was drin ist ja mal gucken was in russland heute drin ist jetzt also dieses rennen noch in der dritte 50 betze grid strafe ja gut wir starten definitiv von hinten das ist das gute wir können nur 20 haben also wir müssen hier tatsächlich gar nicht so weit liefern weil ich sehr gesagt habe wir haben einmal komplett der rotumschlag gemacht das auto ist komplett neu aufgebaut für die letzten sechs fünf oder sechs rennen 15 16 17 18 19 20 26 mit dem hier noch so ja dann starten wir mal durch bisschen bewusst erstmal die soft nehmen weil wie gesagt die werden wahrscheinlich auch keine option für das rennen sein wahrscheinlich werden wir eh anders fahren als alle anderen wir können also quasi bis morgen befreit eines rennen gehen wir können ganz befreit von allen trainings einheiten gehen hier schön und so einen tunnel durch hier schön anbremsen hier gucken wie die trainings vielleicht werden und wie die ergebnisse werden diese 90 grad winkel so die erste zeit 37 9 auf einem hieb erstmal war gar nicht mal so schlecht dass man den zirn begann für den soft ich muss sowieso fettig mal umstellen es war nämlich eine runde auf dem standard gemäß auf dem standard möglich gemisch ich habe mutter haben wir sowieso keinen mehr da hatte ich die anderen einheiten noch haben wir momentan die führung vor heißt aber nur korn der ebenfalls aufs zopf unterwegs ist ich höre jetzt ein bisschen was draußen was die zeit betrifft so anbremsen unter dem tunnel so da bin ich bis weit raus gekommen das könnte zeit gekostet haben 36 2 auf dem zweiten versuch so grosjean reizt sich momentan auf zwei an zwei erste sektor erstmal violett mehr als eine halbe sekunde vorne also ich glaube ein bisschen zu konzentrieren vielleicht können wir noch mal ne zeit setzen vielleicht können wir ne 35er zeit noch mal setzen box this lab please box this lab box this lab box this lab 1,35 gute halbe sekunde schneller mein fernseher davon bewahren ausgehen die Frage ist, wie weit sind die Zeiten oh, die sind ja deutlich vorne auf Software gemerkt, wir fahren vor Carlos Zyme also wir sind auf jeden Fall voll bei der Musik dabei momentan wenn ich diese blöde Gewinnsstrafe wäre wobei Zyme und Paris Hypersoft unterwegs sind, Hamilton jetzt auf Hypersoft auf 2, ja, unter einer halben knappe halbe sekunde hinter uns ja, läuft er momentan mit dem Auto und ohne diese letzte Runde wenn man tatsächlich nicht auf 1, glaube ich, gelandet dann werden wir nämlich hinterher wie gesagt, in der Mercedes-Benz Hypersoft alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest Richter, Hamilton und Carlos Sainz Junior die Trainingsbestzeiten stehen fest aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben, wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück ja, aber wie gesagt ich sehe das gerade ein bisschen ich sehe das gerade ein bisschen wie gesagt, ist es schön, dass wir jetzt auf 1 stehen also es ist schön, dass wir auf jeden Fall dabei sind auch was die Softreifen betrifft hoffentlich ach, wird schon so, einmal kurz vor dem Verklär, glaube ich, heißt abgefangen so, einmal kurz Gut, da gehen wir rein. Zweite Freitreding. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann können wir jetzt raus auf die Strecke mit dem nächsten Versuch. Wieso wir uns in den nächsten Versuch rennen? Zweite Freitreding. Jetzt mal mit den Ultrasoft-Reifen. So, mal gucken, was der Red Bull hier in Sochi kam. Wieso war es im ersten Freitreding? War es doch schon super. Mit einer guten halben Sekunde vor dem Mercedes. Trotz der Hypersoft. Und wieso die Soft-Gefahr? Die blankensamste Mischung. So, mal gucken, was drin ist jetzt. Auf geht's. So, mal gucken. Dann bremsen sie ein bisschen. Ah, die Reifen müssen ein bisschen auf Temperatur kommen. Die brauchen ein paar Meter, um ein bisschen Glück zu kriegen. Und dann müssen sie funktionieren. Die Soft-Reifen haben eine Runde gut gebraucht. Damit kamen die beiden schnellen Runden. Dann kommt es jetzt, funktioniert. Ich habe gerade gedacht, geguckt. Brenton hat er an 37.0 auf Hypersoft. Der war nur minimal langsamer auf dem Soft-Reifen. Haben auch um 37.5. Kommt jetzt erstes gefahren. So, aber das müsste doch eine Zeit sein, die wir locker packen können gegen den Tor, oder? Ja. So, weil ideal ist die Runde definitiv nicht, was wir hier haben. Dann müssen wir noch einen Versuch setzen. Na, 35.5, trotz des nicht perfekten letzten Teils. Haben wir einen Querspiel drin gehabt. So, Vorsprung auf Vettel, der ebenfalls Ultra zerfährt. Also, wir sind, was die Zeit betrifft, momentan gut dabei. So, ein bisschen von der La-Linie, weil die manchmal ein bisschen rutschig ist. Da kommt gerne mal das Heck. Das habt ihr vom ersten Training gesehen. Unsere erste Stellenrunde. Jetzt haben wir grün. Drei Runden nochmal. Noch. Ich halte das jetzt gerade immer ein bisschen im Auge. Okay. So. 15 Minuten im Regen das sind wichtige Zeiten aber es war ja angekündigt haben wir ja geguckt ich muss gleich was trinken das ist jetzt nicht die erste Folge die 8. Folge hintereinander also nicht nur Formel 1 ich hab vorher 7 Folgen Mafia noch aufgenommen aber das war eh klar ich hab heute frei und kann dann als schön wieder's pushen 34,8 und jetzt sind wir ein bisschen besser durchgekommen jetzt sind wir momentan vor Alonso und Hardler also Vettel in seiner Zeit überhaupt nicht mehr dabei oben allerdings waren Alonso und Hardler ja Vipersoft macht's zumindest auch ein bisschen besser aus ich guck's grad mal hoffentlich hält er jetzt das Auto ja passt perfekt anbremsen leichter Querfier leichter Rutscher mit drin in der Runde in der Kurve aber liegen lassen da müssen wir noch mal ein bisschen was zaubern im Lesen Sektor ja ich weiß das ist die Runde wir wollen euch eine Runde versuchen natürlich was wichtig sein kann kommen in this lap please box this lap ich weiß es Wir haben überhaupt nicht so gut durchgekommen. Das hat überhaupt nicht hinten und hinten und vorne nicht gepasst. So, dann lassen wir die Zeit jetzt mal durchlaufen. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Richter, Bottas und Esteban Ocon. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ja, auf 1. Zweite Mal auch mittlerweile. Also scheiden wohl irgendwie... Jetzt müssen wir gucken, was die Hypersoft noch machen. Also die Soft und die Ultrasoft, die tun es auf jeden Fall. Die zeigen uns auf jeden Fall, das geht. Im ersten Teil war es eine halbe Sekunde, jetzt haben wir eine knappe Sekunde vom zweiten. Also, wenn jetzt mit den Hypersoft noch mal eine halbe Sekunde stelle, sind jetzt alles andere, können wir trotz der Quittstrafe im Rennen durchaus was aufholen. Gut. Gehen wir rein. Dritte Freitraining. Auf geht's. So. Jetzt gehen wir auf die Hypersoft. Drauf. Und ich gebe ihm. Ich fahre mal nochmal zwei, drei Röntgen. Jetzt ist es nämlich komplett trocken als Rennwochenende. Also kein Regen fürs Dritte und fürs... fürs Qualifikation und auch fürs Rennen ist kein Regen erwartet. Übrigens fällt sich die Leute noch nicht mitbekommen haben. Ich werde demnächst auch Freitags fahren, also alle zwei Wochen. Los geht's nächste Woche mit dem nächsten Rennen aus China. Und dann geht's... Ja, dafür wohl Samstag, Sonntag ist klar. Und auch Montag geht's dann auf jeden Fall weiter. Jetzt am Montag mit dem nächsten Rennen aus... Monaco, glaube ich. Könnte das sogar sein. Ich glaube, Monaco ist das nächste Rennen. Ja, Son... äh... Sonntag, klar. Und dann kommt es auch 100% auf jeden Fall wieder. Und das nächste Rennen müsste größter Freitag von Frankreich sein. Nach dem eigentlich guten Rennen in Kanada... ...möchte ich da auch die nächsten Punkte holen mit... Ja, eigentlich fast nur Platz 8. Ist schade eigentlich. Wenn wir dann 7. oder 6. sein müssten, wäre der Unfall nicht drin gewesen. Aber... Moment. Ich muss mein Auto mal gerade kurz... Da müssen wir nochmal ansetzen in der Runde. Ja, Sonntag, nach dem... ...Disconnect, die technischen Probleme aus Baku. Wo dann am Ende nur 4 Autos ins Ziel kamen. Also da wäre Dillke was drin gewesen. Wobei wäre jetzt auch ein Podium drin gewesen. Ähm... Geht's jetzt weiter mit dem nächsten Rennen aus Australien. Da lege ich auch wieder ein bisschen... ...die Hoffnung rein, dass es da wieder gut geht. Weil das Radio war gar nicht mehr so schlecht. Aber ein gutes Setup. Das ist halt... War ein Traum. Das hat sich auch wieder bei den letzten Rennen sehr gut angefühlt. Jetzt schauen wir mal. Ob wir es heute... Ob wir es wieder einkriegen. Aber... ...dieser Punkte holen. Und nicht nur noch mal Zeitpunkte. Das ist... Tat weh. Der hat Disconnect. Definitiv. Carlos Sainz mit einer 39.2. Auf Soft. Na gut. Die Zeit sollten wir schnappen. Also zweimal Platz 1 hatten wir auf jeden Fall schon. Und meine 34.5 für den Asphalt geslegt. Aber ich glaube, wir brauchen mal 50 Sekunden wie schnell als Carlos Sainz. So. Ich fühle an den ganzen Stadion. Dann ist das Wittespieler. 2014 war das. Vorbei. Ja, das weiß ich auch. Das haben wir super gemacht. Hier fühlst du dich. Jetzt machen wir uns im letzten Teil noch mal was zu holen ist. Ja, das ist 2.34. Momentan die Führung vor Sainz und Vettel. Ja, da versuchen wir nochmal. Komm, das kann aber auch gehen. Uh, das war nicht gut. Zwischenzeitlich hatten wir mal. Aber die Hypersofts sind nicht für 3-Stelle-Runden gemacht. Die sind nicht für 3-Stelle-Runden gemacht. Ja, das war nicht für 3-Stelle-Runden. Es wird sehr hilfreich für die Team, wenn wir diese machen. Das ist die einzige Session, die es tun haben. Also, lasst uns das gleiche. So. So, was die Rundenzeit betrifft. 2 Sekunden, das ist natürlich heftig, die Zeit. Also, wir sind definitiv sowas von dem Soll. Oh, Kimi, auch fast eine Sekunde vor Bottas. Aber irgendwann mal noch eine Sekunde hinter uns. Also, wie gesagt, sieht alles momentan sehr gut aus. Leclerc auf 6. Vor unserem Teamkollegen. Gut, ja, für 2-Stelle-Runden. Ein interessantes Training schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Richter, Rai Köhnen und Lewis Hamilton. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zu. Oh, das war das freie Training. Für den Freitag. Das wird ein durchaus interessantes Rennen werden, wenn ich mal so ehrlich bin. Oh. Auf jeden Fall. Klasse, das war dann alles. Ah, das wird doch so gut fürs Freitraining. So. Das war dann schon mal das freie Training. Das machen wir schon voll durch. So. Da reinigt ja nichts mehr. Die kommende Session. Ja, versuchen wir es natürlich. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir ja mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. FH 2018 mit dem Qualifikationstraining. Das sehen wir dann morgen. Heute. Das freie Training war doch schon mal gut. Ob wir das im Qualifikation umsetzen können. Schauen wir mal. Bis dann. Und Tschüss. Tschüss.